Gekko Gerritsch! Sehr gut, Erik! Ist es jetzt besser? Was war das? Oh, das ist Max Monster Truck! Er sollte jedoch nicht spielen! Baustellen sind gefährlich! Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht! Aha! Oh nein! Max hat keinen Benzin mehr! Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird! Schnell Mechaniker, holt das Benzin! Oh nein! Der Beton wird in einer Minute hart sein! Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Aha, Erik hat eine Brücke gemacht! Ah, der Beton ist fast fest! Ah! Ah! Ah, Max, fahr! Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt! Danke, Max! Wieder ein Problem gelöst! Wir sehen uns! Bis bald! Wiss bald! Schnell'n